so da sind wir meine freunde let's go gucken wir mal was wir heute machen das haben wir beim letzten mal gemacht hier guck mal mr luke wir haben ein neues fahrerschäft und hier mega geil ne das sieht doch geil aus oder sieht genauso aus wie das andere auch alles sieht alles gleich aus den timer eigentlich wollten heute noch keine achterbahn bauen wir wollten eigentlich heute die achterbahn hier die wir jetzt hier schon haben wollten wir heute auch der sein eigentlich aber das wird er wissen größer jedes projekt das wird ein bisschen größer das projekt hier ja wir gucken mal gleich was wir machen als nächstes ist doch richtig schön schön aus ne richtige richtige botanik hier ne mein internat war abgesagt irgendwas ist nicht richtig gelaufen hatte einmal keinen wlan aua ok oha ich finde das neue gebaute sieht schon nice aus das hier ne die ecke hier so ne finde ich auch ganz nice finde ich auch ganz nice jetzt würde ich mich langsam langsam hier so lang arbeiten ich weiß nicht ja es sieht ja letztendlich immer alles gleich aus ne ich wollte gucken was wir jetzt noch für fahrgeschäfte haben dass wir ja noch ein paar geschäfte hin bauen am besten wir können auch nebenbei noch ein paar forschungen betreiben hier nervenkitzel dann nervenkitzel und familien fahrgeschäft lassen wir mal so nebenbei laufen das geld haben wir erst mal ne so was das dann hier schön ist ok aber wir haben gar nicht so ne tollen geschäfte hier ne mehr haben wir schon was das hier was ist das denn ach du scheiße ne auch nicht so toll aus das ist so eine rummelattraktion auch nicht noch eine achterbahn ja wir haben ja genug kohle haben wir ja für eine achterbahn theoretisch aber achterbahn ist glaube ich ja sehr 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 zerbrechend bis es das dauert wieder ich glaube achterbahn wird wieder so ein so ein ewig langer stream ne das können wir echt mal so ein projekt starten mit einer neuen achterbahn wenn wir ein bisschen mehr zeit haben wieder aber jetzt halt erstmal nur so ein kleinkram hier aber wir haben echt nicht viel ne wir haben echt nicht viel auswahl das haben wir schon das haben wir schon das ist ja ja mega teil ne alter ist das riesig ey das hier kann man auch machen so ne kleine kann ja hier so ne kleine kirmesecke machen ne das ist ja auch mit so kirmes denn hier so hinstellen ein rohendes teil da kann man nämlich die eisenbahn hier schon ein bisschen einbinden ne würde ich sagen ja hier so hin machen ne wartet mal ab leute zack ok sorry alles gut kein problem ausrufezeichen discord meine freunde wer rauf möchte da seht ihr mal am selben tag der was alles kommt ne guck mal jetzt kurz noch mal hier aus kann man mal hier an eine eisenbahn hin so bald kommt wie eine neue achterbahn auf jeden fall so reicht das ja reicht das kleine ding ja ne premium eingang kommt die eisenbahn oh sehr schön ne du bist echt einer meiner lieblings streamer marcel das freut mich sascha das freut mich echt zu hören ne weil ich auch so viel verschiedenen kram mache ne aber ich finde sowas auch geil hier sowas zu bauen und so ne da gibt es bestimmt irgendwann mal irgendwann gibt es da bestimmt mal nen zweitkanal wo ich das bisschen teile ne beim zweitkanal kommt dann sowas hier ne ano horror games aufbauspieler ne halt eher so nen kanal wo man nur zugucken kann wo man nicht mitspielen kann ne das ist was ich meine so mal gucken ah dauert alles noch so zack von der optik her sieht es genauso aus wie sonst auch mega und accept gut moin so und sebastian gehört zum morgen was geht und wir werden auf jeden fall nachher noch eine mitgliedschaft raushauen oder vielleicht auch zwei mal gucken ne für die die jetzt am start sind das heißt macht eure mitgliedschaft an ne für die die heute die support bei planet toaster kriegen vielleicht heute noch eine mitgliedschaft ne mega mega so die guten alten steine hier so und dailan hai e Musik Herrlich, meine Freunde, herrlich, herrlich Wie kann man im Planet Coaster einen Park erstellen, da wo nix drauf ist und halt keine Sandbox ist, das ist Herausforderung, mein guter Du musst auf ins Menü gehen, Hauptmenü und dann nicht Sandbox, weil da ist ja schon fertig Wenn du selbst eine Map erstellen möchtest, halt Größe oder Aufgaben, dies, das, das musst du dann bei Herausforderung machen Also eine eigene Herausforderung erstellen, da kannst du Parkgröße erstellen, Eingänge, wo die Menschen spawnen Da kannst du alles einstellen So, my heart is catching fire I just feel so fine With this fire, this fire, this fire, this fire The fire is burning Inside me, it's burning My heart is catching fire I just feel so fine With this fire, this fire, this fire, this fire Zoom Zoom ... ... ... Wut? Neisem, moin! So! 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 zack so und king fishy auch am start moin moin so wir werden gleich mal eine mitgliedschaft raushauen noch ein bisschen baue ich hier und dann haben wir mal eine raus mal gucken ob jemand die schon bekommt oder noch nicht ob ihr es angeschaltet habt zack na sieht doch nice aus ist logbot immer noch junior mod ja es dauert eine weite zwei wochen probezeit erst mal zwei wochen und dann muss er sich hocharbeiten und das kann bis wochen oder monate dauern so dann gucken wir mal unser fahrgeschäft an unser neues langsam könnt ihr euch mal genießen hier meine freunde und dann werden wir nebenbei mal eine mitgliedschaft raus und gespannt wer bekommt das dauert in letzter zeit bisschen öfters irgendwie länger so haben wir hier weiter design habt geduld leute die mitgliedschaft ist raus die bekommt gleich jemand von euch man muss halt warten bis es kommt und seid nicht traurig wenn ihr es nicht bekommt wir hauen nachher noch eine raus wir hauen noch eine zweite raus nachher so das sieht schön aus so schön eingepackt ne schön eingepackt noch ist nicht raus ne würde gern gewinnen habt das auch wirklich angemacht am besten guckt noch mal nach und macht noch mal an und aus ne macht am besten noch mal an und aus bis jetzt kam noch bis jetzt hat noch keiner bekommen und pause kit was geht heim macht am besten noch mal an und aus vielleicht bei mir musste ich das aus und noch mal an machen und dann habe ich bekommen ok du musst jetzt das ja nie das mal machen ist ja blöd macht am besten aus und noch mal an leute und seid auf der sicheren seite so dann haben wir hier auch noch neues neues fahrgeschäft ja mega wasser du hast es an ruhige brauner geschenkt nein ich bin ruhig brauner ich bin ruhig brauner das war jetzt der erste teil das wird eine folge hier ne das wird das wird eine kleine folge wahrscheinlich ne so der bereich hier jetzt mal gucken was wir als nächstes machen vielleicht hier gleich weiter design ne vielleicht hier gleich weiter machen ja schon sinnvoll ja wir machen hier mal gleich ne